Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge von Far Cry 3. Ja, ich bin wieder in einer neuen Aufnahmesession. Und jetzt schauen wir mal eben ganz kurz. Wir haben ja hier auf der Karte für mächtig grün gesorgt. Ja, das ist dann unser Beitrag hier zum Umweltschutz. So, wir sind jetzt hier in dem Ort Jason. Na, also das war ja hier dieser Außenposten irgendwie von Amanaki oder so gewesen. Wir haben ja hier unsere nächste Hauptmission. So ist da. Wir müssen da hin. Das bedeutet, Moment mal eben. Ach, da ist schon eine Schnellreise vorhanden, so wie das aussieht. Aha, gut, aber ganz ehrlich, ich möchte ganz gerne hier vorher ein bisschen mehr aufdecken. Das heißt, wir würden uns dann hier vorkämpfen. Und zwar, dass wir uns als allererstes diesen Funkturm hier holen. Somit haben wir hier die Karte aufgedeckt. Und ja, danach sehen wir weiter. Wo das Ziel dann hingeht, sollte klar sein. Was zum Rosthof. Oh, da können wir uns ja dann sauerbraten vom Pferd essen. Wahnsinn. Oh, 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 oh. Ich hoffe, das nehmen wir jetzt die Pferdeliebhaber hier nicht übel. Notfalls kann ich immer noch sagen, war ein Scherz. Äh, okay. Dann markieren wir mal eben diesen Funkturm hier. Und gehen direkt ins Geschehen rein. Und los geht's. Oh, das heißt, wir gehen dann wieder in ein neues Gebiet rein. So, wir nehmen diese Waffe. Nochmal eben so zur Erinnerung. Genau, wir haben ja oben auf A1 unser Scharfschützengewehr. Ähm, auf A2 unsere lautlose Pistole. Drei lautloser Bogen. Genau, und vier hier unsere Primärwaffe. Äh, ist halt nur nicht so ein bisschen, ist halt nur nicht so richtig gut sortiert. Ähm. So, das heißt, wir haben im Prinzip drei Waffen, mit denen wir lautlos agieren können. Äh, ist natürlich von Vorteil. So, mit der Knarre hier können wir richtig Wumms machen. Ähm. Da hinten läuft noch ein Schwein rum. Und diesmal ist es kein Pirat. Äh, ach, ich erinnere mich. Genau, 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 genau. Oh, das ist aber schon lange her, als wir diesen Außenposten eingenommen haben. Ich erinnere mich, äh, hier ist Far Cry 3 abgeschmiert. Und vor allem, ich glaube, das ist hier der erste Außenposten, den wir überhaupt eingenommen haben. Ja, 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 ja. Lang ist es her, einige Folgen ist es her. So, wir fahren dann mal mit dieser rostigen Rostlaube. So. Ähm. Ja, schöne, entspannte Musik. Mal eben auf der Karte gucken. So. Wir stehen in dieser Richtung. Das heißt, äh, wir fahren dann am besten irgendwie hier entlang. Ja, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht da so hinkommen. Aber wir haben es ja auch angepeilt. Äh, genau, da ist der Funkturm. Geht da jetzt ne... Ne, wir fahren, äh, runter. Oh, schöne Musik. Oh, herrlich. Ui, schönes Schild. Herrlich. Aha, ist das toll, das Schild. Ich weiß, wie bei so tollen Schildern, wenn ich die sehe, muss ich da erstmal gegenfahren. Oh, jetzt kommen die Rakyat. Jetzt sollten wir abhauen, weil die können genauso wenig Auto fahren wie wir. Äh, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Genau. Und dann unten links. Und dann wieder rechts. Genau. Schauen wir mal eben. Oh. Rakyat. Aha. So, hier war es links. Genau. Und dann kommt nachher ne Gabelung. Ne, hier noch nicht. Ne, hier noch nicht. Das würde ich noch nicht als Gabelung bezeichnen. So, hier, hier, hier müssen wir aber dann jetzt. Ah, da her. Äh, mal eben kurz kontrollieren. Äh, wir sind genau richtig. Genau. Und dann hier so. Und ja, dann müssen wir also gleich, äh. Was haben wir denn da hinten? Aber ich glaube, das sind, äh, Dingoes, ne? Ja, irgendwie. Ja, 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 ja. Ne, ne, ne. Uns greift die jetzt nicht an. Aber jetzt sind wir in dem Gebiet, was noch komplett verdeckt ist. Waaah. Und anscheinend hier sehr, sehr schlammig ist. Äh. So fährt sich auf jeden Fall das Auto. Alter Schwede, was es hier alles zu entdecken gibt. Hoffentlich sehen wir das später alles noch. Da oben ist der Funkturm zu sehen. Weil auch solche Aktionen wie da hinten. Waaah. Komm, gucke ich einmal nach links. Schon fahren wir davor. Was ist das denn? Ist hier einer? Irgendwas hat uns gerade voll in den Arsch getreten. Sag ich jetzt mal so. Aber völlig. Merkwürdig. Komisch. Auf jeden Fall. Da oben ist der Funkturm. Da müssen wir hin. Was ich ursprünglich mal sagen wollte. Gerade links waren auch schwer da so ein paar Hütten oder Häuser zu sehen gewesen. Ja. Dem würde ich natürlich auch ganz gerne auf den Grund gehen. Pass mal auf. Wir fahren. Keine Ahnung was da steht. Interessiert uns auch nicht. Aber wir fahren hier mal so hoch. Hauptsache wir fahren bergauf. Und dass wir dann zu dem Funkturm kommen. Ich könnte ja spaßeshalber auch mal wieder Leuchtturm sagen. So auf jeden Fall kommen wir hier dahin. So und ich muss sagen, wenn ich nicht immer die ganze Zeit Vollgas gebe, dann kann man den Wagen auch viel besser steuern. So raus. Raus, raus, raus. Wo ist denn hier der... Ach wir müssen da hoch. Au scheiße. Müssen wir mal eben gucken, wie wir denn da... Hier her? Hier her? Das sieht doch so aus, oder? Ich will mich ein bisschen beeilen. Oh, das blendet. Das ist sehr hell. Nicht, dass uns hier gleich diese dummen Piraten überraschen. Und da höre ich sie doch auch schon. Okay. Ja, sicher. Da sind doch Piraten wieder. So, ihr könnt uns aber mal ganz locker und bequem hier mal eben. Ja. Ah, da musste ich mich gerade mal eben wieder räuspern. Da habe ich mal eben das Mikro wieder ausgestellt. Gut, Muni haben wir noch genug. Ja, wir haben uns ja auch noch frisch eingekauft hier. Frische Munition eingekauft. Ganz frisch. Aus heutiger Schlachtung. Die Munition. Apropos Schlachthof. Wir müssen ja näher noch zum Rosthof. Aber jetzt höre ich aber, glaube ich, wirklich auf. Sonst nimmt man mir das nachher wirklich noch übel. Ist ja nur Spaß. Ich weiß auch gar nicht, was sich so viele Leute aufgeregt haben, wo Pferdefleisch einer Lasagne war. Ganz ehrlich, äh, ja. Wäre diese Lasagne nicht so schnell aus dem Verkehr gezogen worden, hätte ich es mir sogar noch gekauft. So, wo sind wir denn hier? Müssten wir nicht... Eben, da ist doch der Störsender schon. Da habe ich ihn gesehen. So, da mache ich mich heute aber bei den Pferdefreunden belieb, ne? Aber nur so zur Info. Ähm, ich hatte auch schon ein eigenes Pferd gehabt. Und von daher, ich mache die Witze trotzdem. Sollen wir nicht alles so eng sind im Leben? Störsender raus und ab auf Sendung. Da haben wir einen Autowrack. Äh, das hätten wir auch fahren können. Da ist der Außenposten, das ist Rosthof. Der sah jetzt sehr klein aus. Als wenn der vielleicht doch nicht ganz so schwierig wäre. Müssen wir auch mal gucken. Vielleicht könnten wir den ja mal wieder komplett lautlos schaffen. Aber natürlich nur Funkturm aktiviert. Sieben von 18. Das geht natürlich nur, wenn, ähm... Jetzt gerade ist es mit Shop One. Ah, Leuchtpistole. Hm, naja. So, neue Aufgaben hinzugefügt. Genau, wir müssen uns natürlich gleich erstmal diesen Rosthof in Natura ansehen. Ob der wirklich nur so klein ist. Okay, jetzt gucken wir mal eben auf die Karte. So, ein neues Gebiet und zwar in Rot. Uh. Ähm. So, wir sind hier. Das heißt, das hier... Wäre eigentlich mein liebstes Ziel als nächstes. Und deswegen nehmen wir es auch. Äh, damit wir hier ein bisschen mehr Grün reinkriegen. So, in welche Richtung sind wir denn dann da? Das wäre... ...diese Richtung. Und... ...mit ein bisschen Glück... ...könnte das da hinten nicht schon irgendwie ein Hausdach sein? Was man sieht? Na gut, wir werden es gleich wissen. Au, 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 meine Hand, meine Hand, meine Hand, meine Hand, meine Hand! Au, ah, verdammt noch mal! Was ist das am Brennen, wenn man da so runterrutscht? Ai, 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 ai. Au, da ist noch ein bisschen Haut von meiner Hand am Seil. Naja. Oh, was war denn da? War da gerade irgendwas Leopardenmäßiges oder so? Machen die jetzt die Geräusche oder wie oder was? Da hinten, da ist doch ein Leopard. Oh, und da hinten sind auch sofort Piraten. Shit. Da hinten ist der Außenposten. Also, wir dürfen hier nicht laut rumballern. Ich würde aber gerne den da bekommen. Scheiße! Scheiße! Ich hab's befürchtet, ich hab's befürchtet, ich hab's befürchtet. Scheiße. Aber normalerweise müssten wir doch, glaube ich, jetzt an dem Funkturm rauskommen, oder? Und dann gucken wir nochmal. Gut, das hat, äh... Ah, shit, das hat nicht gereicht. Aha. Die Schattenseite der Stadt. Genau. Untersuche Bad Town. Genau, das war ja unser Hauptziel. So, wir sind jetzt hier am Leuchtturm. Äh, das Blöde ist, äh... Moment mal, ist die Markierung weg? Ja, Markierung ist weg. Die setzen wir nochmal neu. Das Blöde ist, dass wir natürlich jetzt, äh... da nicht mehr die Seilrutsche benutzen können. Ähm... Shit, wir müssen hier so auf die Straße. Äh... Möchte ich aber sehr ungerne. Okay, wir müssen ja nicht direkt drauflaufen. So, da sind wir nämlich schon. Da sind wir schon. Ach, hier ist auch ein Quad. Das müssen wir uns merken. Weil mit dem Quad sind wir verdammt schnell unterwegs. Ähm... Komm, ich nehme erstmal die Pistole. Aber jetzt kann natürlich sein, dass der Tiger natürlich, äh... wieder weg ist. Da unten... Oh, da hinten sind schon wieder die Piraten. Da unten ist der Tiger. Ich weiß nicht, ob es derselbe ist oder nicht. Uh... Da hinten rechts sind auch noch Viecher. So, pass mal auf. Jetzt machen wir das mal irgendwie ein bisschen gewitzter. Äh... Ich versuch's jedenfalls gewitzter zu machen. So, pass mal auf. Ähm... Der Bogen war auf drei. Jawoll, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Die Taktik ist aufgegangen. Achso, das ist eine Schildkröte. Ja, die lassen wir ja. Komm, eben nachladen. Und dann holen wir uns mal eben das Fell. So, was ist es? Was ist es? Irgendwo brauchen wir noch Leopardenfell. Was ist er denn? Ist er Leopard? Ah, Tigerfell. Ich hatte also schon recht gehabt. Intuitiv. Aber Leopardenfell bräuchten wir auch. Aber gut. Tigerfell haben wir jedenfalls auch. Keine Ahnung, ob wir das auch noch brauchten. Nee, du bleibst am Leben. Haben wir ja gesagt. Wenn wir sie nicht... Scheiße, da hinten sind aber Hunde. Scheiße. Die Hunde würden uns verraten. Hä? Äh, 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 äh. Okay, pass auf. Wir gehen mal hierher. Oh, oh. Wer hat jetzt hier wen aufgeschreckt? Hauptsache, die Hunde sind nicht hinter uns jetzt her. Und die anderen Viecher auch nicht. Die würden uns sofort verraten. Ich möchte mich da ganz gerne anschleichen. Und schnell über die Straße. Ah, scheiße. Da sind auch wieder diese... Ah. Wir tun euch nichts. Und ihr tut uns auch nichts. Bitte schön. Alter Schwede. Die hören sich aber auch ziemlich sauer an. Wissen die noch, dass wir Artgenossen von denen umgebracht haben? Boah, die kommen näher. Das ist doch scheiße. Und da hinten höre ich auch schon wieder Hunde. Ich glaube, einfach wird das nicht werden. Wegen den ganzen Tieren hier. Okay, wir versuchen erstmal hier zu markieren. Da ist, äh... Irgendwo der Alarmknopf. Scheiße. Okay. Das klappt super bis jetzt. Super Einstieg. Super Einstieg. Äh... Äh... Also, die Tiere... Äh... Ja. Sind nicht gerade auf unserer Seite. Die haben sich das wohl gemerkt. Ah, gut. Jetzt sind wir direkt hier. Jetzt sind wir direkt hier. Ähm... Mal eben die Markierung wieder setzen. So, wir sind direkt dran. 94 Meter. Oh, wo sind die Tiere jetzt? Wo sind die Tiere? Ich würde ganz gerne mal von der anderen Seite versuchen. Vielleicht da, wo der Alarmknopf ist. Weil ganz ehrlich, ich würde gerne das Camp mal hier wieder... ...ohne Alarm auszulösen einnehmen. Das wäre mir lieber... So, und wir gehen jetzt... ...in die Hocke... ...und ich höre schon wieder einen Hund. Uh, 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 uh. Aber ich finde es ja richtig geil, wenn man sich hier so anschleicht. Ja... Der hat gesagt, bitte erschieß mich doch jemand. Äh, dem Mann kann geholfen werden.